Lächerlich, dieses aufgeblasene Getue. Ich find's lustig. Ha ha ha. Angeber. Mit Ohne Spot komm ich da nicht rüber. Oh, du bist so cool, Spotty. Mit Ohne Hilfe krieg ich das Licht vom Fleck. Ihr Steinbrüder könnt mir auch nicht helfen. Ihr habt ja nicht mal Arme. Tut mir leid. Hör auf zu jammern, wir haben vielleicht keine Arme. Aber dafür haben wir unser Geheimnis. Ein Geheimnis? Yep. Das nur Steine kennen. Ein mächtiges Geheimnis. Das unglaubliche Macht verleiht. Wow, und was für eins? Ja, Ralf, was meinst du? Na, das magische Steinlied. Ein Lied? Aber das dürfen wir doch nicht singen. Ja, weil es geheim ist. Es darf nur in Ausnahmefällen allerhöchstens einmal in tausend Jahren gesungen werden. Von mehr als einem Stein. Und er wirkt nur bei Steinen, die jünger sind als die, die das Lied singen. Wenn wir es singen, kannst du die Steinrollen mit dem linken kleinen Finger heben. Das ist ja toll. Dann singt schnell los. Moment, Moment. Moment. Do re mi fa so. Mi 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 mi. Do re. Mi mi mi. Steine, Steine, Steine. Ob große oder kleine. Kleine, Kleine. Will in alles überdauern. Überdauern. Ob in Freiheit oder Mauer. Mauern, Mauern. Bis in alle Ewigkeit. Großartig. Das hat dir wirklich toll gemacht. Ha. Ja. Ihr könnt los singen. Steine. Steine, Steine. Brauchen keine Beine. Beine, Beine. Denn einmal im Leben. Leben, Leben. Können sie auch schweben. Schweben, Schweben. Schon vorbei. Großartig. Das hat dir wirklich toll gemacht. Ha. Oh, du bist so cool, Spotty. Eins, drei, sieben. Steine, Steine, Steine. Sind für Höhe bis geboren. Bohren, Bohren. Hoffen sie am Boden wiegen. Wiegen, wiegen. Hoffen sie die Macht zu fliegen. Fliegen, fliegen. Und das tun sie jetzt nicht mehr. Großartig. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Ha. Hat eure Band auch einen Namen? Ach, nennen wir uns einfach Die Stones. Juhu. Alle Rollen sind auf ihren Plätzen. Und jetzt? Jetzt pass auf. Du musst zuerst die Linke einmal rechts rumdrehen. Wo ist links? Also auf der Seite, wo der Abgrund ist. Das ist aber rechts. Oh je, das erste Mal in meinem Leben wünschte ich, ich hätte Hände. Damit du Rini zeigen kannst, wo rechts und links ist? Nein. Damit ich dich erwürgen kann. Wie denn? Ich hab doch gar keinen Hals. Also wie soll ich die Mühlen jetzt drehen? Okay. Versuchen wir es anders. Die Beinwesen aus Kalimar haben immer eine Geschichte erzählt, während sie das Tor geöffnet haben. Diese Legende ist sowas wie eine Eselsbrücke für die Reihenfolge, in der die Mühlen gedreht werden sollen. Aha. Jede Rolle steht für etwas. Reden, Tod oder Traum. Soweit verstanden? Ja, Chef. Ich weiß Bescheid. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge. Nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Hm, falsche Rolle. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge. Nur ein... In seinem unheilvollen Schlaf träumte er von Drachen und Lindwürmern. Von Monstern, die sich gegenseitig fraßen. Zu einer Zeit... In... Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, nur... In... Je näher er dem Tod kam, desto größer und grausamer wurden diese Tiergestalten. Das größte von ihnen war ein Wurm, der alles andere verschlang. Da endlich wachte der Junge auf. Er lag nicht mehr im Bett, sondern saß auf einem Thron und er sah, dass er erwachsen geworden war. Nur... Nur... in sein Je näher er dem Tod kam, das größte Da endlich wachte der Junge auf Er lag nicht mehr im Bett, sondern saß auf einem Thron und er sah, dass er erwachsen geworden war Er trat ans Fenster, um sich sein Königreich anzusehen Traumhaft schön war es voller märchenhafter Seen, Berge und verwunschener Wälder Von tiefer Ruhe erfüllt, gewahrte er, dass dies der Ort zwischen Leben und Tod war Und so taufte der König sein Land Silence Oh nein, es geht nicht weiter auf Wieso nicht? Was ist los? Wahrscheinlich verkeilt Oh Die lassen sich nicht mehr drehen Irgendwas klemmt da Ja Spotty, prima machst du das So eine gemeine Zaubertür Rette Janus und komm schnell wieder zurück Ich warte hier auf dich Ausnahme Nein, es geht nicht mehr Then Sie sind Die ja Zeit Was für ein Glück, dass ich den Splitter gefunden habe. Verdammt mich! Diese Prüfung ist wirklich hart. Wir suchen unsere Leute zu... Ah! Schon wieder eine Teufelei von der falschen Königin? Vielleicht bist du gar keine Raupe, sondern hast nur ihre Gestalt angenommen. Ach, darum bist du hier. Dich hat die falsche Königin geschickt. Bei allen Suchern von Silence. Du bist der Schlimmste. Beim großen Gambler. Wieder ein Beweis für die Existenz des göttlichen Gestaltwandlers. War das ein Trick? Ich will glauben, dass du mir helfen kannst. Denn glauben heißt hoffen. Was hast du vor? Faszinierend. Scheinbar gibt es nichts, was dich schreckt. Alle Götter seien mit dir. Ich weiß. Nichts, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Aber wie schreckt. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR